Hey Leute und damit willkommen zu einer pornografischen Runde Quick Survivor Games, mit dabei ist hier der Apos oft trocken am Start, meine Freunde Fischer Gott Hey, na? Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr! Dann wird man abgestaubt Ich such dich mal, okay Nein Nein, nein! Wart mal, ich muss kurz was machen Okay, bin fertig Zusammen müssen wir wenigstens eine Runde gewinnen Ihr habt sicherlich schon bemerkt, ich hab mir so ein UAC-Pack reingepackt, damit ich besser zocken kann Halt, ich merk schon, was es mir bringt Nämlich gar nichts Oh, da kann ich abstauben Und? Ja! Scheiße, ich hab's! Nein, nein! 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 Und wie ihr es schon sicherlich bemerkt habt Eigentlich bin ich ja so der Typ, der morgens hochladet Also immer so um 6 Uhr Und in letzter Zeit verpenne ich jedes Mal Oh, du wurdest erkannt, du bist Fame Okay, in letzter Zeit verpenne ich jedes Mal Und lad die Folgen meistens immer so um 13 Uhr hoch Da, wann keiner online ist Nein! Nein! Was? Ich hab' nicht getötetet! Ich hab' nicht getötetet! Also, Leute, ich hab' drüben noch ne Tastatur Und bei 20 Likes 20 Likes? Ja, 20 Ja, 20 Ist ein bisschen zu viel, aber Okay, bei 20 Likes werde ich ne Tastatur zerstören Fertig Ja, er kriegt mich ganz nix hier Oh! Ich hab' ein Stein, ähm, ein Eisenschwert Und? Der gibt mal low ground Ich glaub, der tut er mich sogar Nein! Und? Ich hab' ihn, ich hab' ihn! Easy! 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 Nein! Es kann doch nicht sein! Doch! Bei Chelsea! Easy! 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 Easy!